Was geht's so liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo hier bei Crush Vodafix eT9. Heute möchte ich euch einer meiner beiden neuen Capture Devices vorstellen. Wie es euch bestimmt schon in Marika 2B beim letzten Online-Part aufgefallen ist, ist da die Qualität weitaus besser und das verdanke ich diesem netten kleinen Schmuckstück hier. Auch bekannt als die Ava Media Live Gamer Portable. Habe ich mehr auf Amazon erworben und mit diesem neuen kleinen Capture-Gerät kann ich alles einstellen. Ja, so winzig klein ist das Ding, ne? Dieses Ding zu kaufen war es auch wirklich allemal wert, denn anders als meine HD-PVR oder so manch andere HD-Capture-Devices hat es zum Beispiel auch keinen Verzögerungs-Lag mehr. Naja, schon eine leichte Verzögerung, aber auch gerade mal von einer halben bis viertel Sekunde. Weshalb ich das zum Beispiel auch das Kommentar synchron hinzufügen kann, ohne extra Mischpult, welches ich jetzt zum Glück entfernen konnte. Dadurch ist jetzt auch mehr Platz und ich kann zum Beispiel auch meine Wii U hier hinlegen, was auch wirklich sinnvoller für sie wäre. Denn wenn sie steht, dann wird wahrscheinlich das System beschädigt. Also leichter beschädigt, besser gesagt. So, jetzt zeige ich euch, was dieses kleine Ding, also fähig ist. Erstmal sind die Anschlüsse. Hier sehen wir zum Beispiel einen Schalter für den PC-Free-Mode. Und hier kann man einstellen, dass man entweder hier über den PC oder ohne den PC aufzeichnen kann. Weil das ist eine mobile Capture-Card, womit man auch über die SD-Card aufzeichnen kann. Also auf SD-Card die Videos speichern kann, welche man hier sieht. Also hier ist der Anschluss für die SD-Card. Habe ich mir auch noch extra gekauft, aber ich zeichne alles über den PC auf. Natürlich kann man, wenn man den Schalter umlegt, dann ändert sich das natürlich. Und auch bei Knopfdruck kann man aufzeichnen lassen, auf diesen hübschen hier. Und angeschlossen wird das natürlich über USB 2.0. Mit diesem Mini-USB-Anschluss geht das nur alleine. Kann man das dann an den PC anschließen. Und hier zum Beispiel geht das HDMI an den Fernseher. Und da werden an diesen HDMI-Anschluss, dort werden die ganzen Konsolen angeschlossen, also die HD-Konsolen. Sobald die Kamera beschließt, sich wieder automatisch scharf zu skalieren, weil das manchmal eine lange Zeit dauert, so. An dieser Stelle hier, das geht von der Konsole aus. Da schließt man die Konsole an und dieses HDMI-Kabel schließt man dann an den Fernseher. Und das hier ist das Component-Cable. Das ist zum Beispiel für solche Konsolen wie die PlayStation 2 und die Nintendo Wii alleine oder die PlayStation Portable. Weil die PlayStation Portable, die Lightface unterstützt auch Component. Und damit kann ich auch in besserer Qualität aufzeichnen. Aktuell habe ich da zum Beispiel auch meine PlayStation 2 angeschlossen. Ihr fragt euch PlayStation 2? Hä, dafür gab es auch keinen Component-Cable. Falsch gibt es. Bei GameStop zum Beispiel gibt es so eine Art Multi-Component-Cable, weil ihr seht auch, dass ein AV-Anschluss dabei ist für das alte AV-Anschluss, womit man zum Beispiel nur über Grabber aufzeichnen kann. Und hier noch die zusätzlichen Video-Anschlüsse für bessere Bildqualität und natürlich auch die Audio-Devices. Da schließt man alles an. Das geht dann von der PlayStation 2 zum Beispiel aus da rein. Und über das HDMI wird das natürlich auf den Fernseher skaliert, aber es wird trotzdem als Component erkannt, obwohl es per HDMI angeschlossen wird. Das Ganze wird da einfach unkonvertiert praktisch. Ja, ansonsten habe ich euch jetzt mal gezeigt, wie man das ganze Ding anschließt. Wie das Ganze noch mit dem Aufnehmen funktioniert, das zeige ich euch dann noch über den PC. Ansonsten gibt es jetzt ein Nichts, ich wollte nur sagen, über den GameStop kann man natürlich auch ein Multi-Component-Cable kaufen, was sogar mit der PlayStation 2 kompatibel ist. Da müsst ihr natürlich noch im Hauptmenü vorher auf Component umstellen, damit dann auch die Bildqualität darauf angepasst wird und dass dann auch die Aufnahmen darauf funktionieren. Weil über AV habe ich es auch versucht, aber da habe ich nur ein schwarz-weiß Bild bekommen, das geht also nicht. Ihr müsst wirklich direkt mit den Component-Anschlüssen arbeiten, damit das funktioniert. Und ansonsten für die HD-Konsolen, für die Wii U, wie zum Beispiel Wii U oder Xbox 360 in dem Fall, einfach hier HDMI anschließen an der Stelle. Ich glaube, das ist das HDMI-In und das Out, wenn ich mich nicht täusche. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren ausbessern, wenn es einige von euch besser wissen. So, jetzt habt ihr mal die Capture-Cut persönlich gesehen und nun wechseln wir noch schnell auf meinen PC. Ja, denn jetzt möchte ich euch auch die Aufnahmesoftware der Abermedia zeigen und wie er das alles aufgebaut ist, wie ich alles aufnehme. Dazu starten wir das ein bisschen durch, das heißt folgendermaßen, denn ihr müsst nämlich wissen, bei der Lieferung von Abermedia gibt es aber keine Treiber-CD, denn um die Treiber zu bekommen und die Aufnahmesoftware und die sonstigen dazugehörigen Programme noch zu bekommen, muss man dafür noch extra auf die offizielle Website gehen und von dort aus den Treiber runterladen. Ist aber natürlich alles gratis, möchte ich noch zusätzlich mitteilen. Ich weiß aber nicht, warum sie noch zusätzlich die Treiber liefern, aber naja, kann nichts machen, das passt schon, solange man ein Internet hat und das Aufnahmeprogramm lautet folgendermaßen, nämlich das Abermedia Recentral. Da müsst ihr natürlich wieder bestätigen und mit einer e-passion Sequenz eröffnet das neue Aufnahmeprogramm wie kein anderer. Ja, also sieht doch toll aus, oder? Und das ist jetzt das Recentral. In der Bulletin kann man hier zum Beispiel Neuigkeiten von den offiziellen Websites sich angucken, also über neue Treiber, also über neue Updates, Treiber-Updates oder Programm-Updates und, und, und. Beim Erfassen kann man gleich einstellen, kann man gleich sofort auf den Aufnahmenbildschirm wechseln. Beim Assistent kann man, beim Assistent wird genau angeleitet, wie man alles anschließen soll. Hier zum Beispiel bei der Game-Konsole, hier auch die schöne, die Xbox hat gleich dargestellt, mit HDMI oder Component und das HDMI, in HDMI-In geht das rein und das Out geht dann in den Fernseher und per USB geht es natürlich an den PC oder Laptop. Oder auch über anderer PC, man kann natürlich auch einen anderen PC selber aufzeichnen damit, das geht natürlich auch, geht natürlich an den Monitor über HDMI und über aktueller PC, da kann man nämlich auch den eigenen PC aufzeichnen über USB und einen anderen optionalen Monitor noch zusätzlich sich holen und wenn man möchte auch noch zusätzlich den Ton, den Ton sich einfach über Kopfhörer, bei der zugehörigen Kopfhörerbuchse auch noch anhören. Aber ich mache das halt ganz anders, man kann natürlich auch die Videoquelle und die Audioquelle, Video-Einstellungen und den Hotkey alles einstellen und natürlich auch bei dem Profil, das zeige ich euch jetzt nämlich gleich, bei den erweiterten Einstellungen. Hier kann man sich nämlich auch einstellen, die ganzen Qualitäten, bei der Plattform ist vom aktuellen PC aus oder Game-Konsole und welche Videoquelle man hat, entweder HDMI oder Component, muss man natürlich genau einstellen. Da stehen natürlich auch die Einstellungen, in welchem Farbbereich man die Videos anpassen möchte und natürlich auch das Erfassungsgerät HDMI. Man kann dazu zusätzlich auch die Stimme aufzeichnen mit dem Videoprogramm und sogar noch als separate Datei. Also das ist noch besser, weil dann, wenn das sogar separat gespeichert wird, dann kann ich noch effizienter damit arbeiten. Natürlich kann man das auch direkt ins Video hinzufügen lassen, aber ich würde eher empfehlen, das als separate Datei zu speichern. Natürlich braucht es etwas mehr Renderzeit, wenn man noch zusätzlich die Audio-Spur hinzufügen muss, ins Renderprogramm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich bin normalerweise kein Fan von separaten Aufnehmen gewesen, vor allem wegen Outer City und so, weil da auch alles asynchron werden kann. Aber wenn das jetzt mit dem Capture-Device mit aufgenommen wird, dann kann das alles noch synchron hinzugefügt werden, weil dann wird es direkt in der Sekunde genauso zugefügt wie, also im Punkt genau hinzugefügt wie das Video, also im Punkt genau aufgenommen wie das Video und dann denke ich mir, okay, passt perfekt, weil ich hatte zuerst noch vorgehabt, den Aufnahmenbildschirm mit Fraps aufzuzeichnen, aber da schon eine winzig leichte Verzögerung entsteht, ist es doch eher empfohlen, das dem Capture-Programm zu überlassen. Man kann natürlich auch die Hotcase für den Start oder für den Start der Videoaufnahme oder wenn man die Videoaufnahme wieder beenden möchte, auch noch festlegen, auch Schnappschüsse für die, auch Schnappschüsse bzw. um Screenshots von den Aufnahmen zu erstellen und auch natürlich die Mikrofonaufnahme, falls man dazwischen die Mikrofonaufnahme jetzt starten oder stoppen möchte, kann man das natürlich auch so einstellen, da kann man natürlich auch verschiedene Optionen, wie zum Beispiel den mit Schnelltasten steuern oder zum Sprechen drücken, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr es auf immer ein einstellt, weil bevor ihr vergesst, dass ihr das Mikro, dass ihr es mit dem Mikrofon aufzeichnen wollt, solltet ihr die auf immer ein einstellen. Und ich muss euch noch erzählen, der Nachteil bei dieser Capture-Card ist, dass es nur entweder im TS- oder im MP4-Format aufzeichnen kann und ich würde euch hier eher davon abraten, den MP4 direkt aufzuzeichnen. Ich habe das mal mit meiner HD-PVR versucht, als ich sie zum ersten Mal bekommen habe und die ersten Videos damit aufgezeichnet habe und da ist was schiefgelaufen. Zum einen meine ersten beiden Renderprogramme, sowohl Camtasia als auch mein letztes HD-Renderprogramm, Adobe Premiere Elements, sind beide damit nicht zurechtgekommen. Entweder hat es bei Adobe Premiere Elements am Ende ziemlich extremst geruckelt oder in Camtasia ist es zwar flüssig gelaufen, aber dazwischen ist dann am Ende der Ton so zum Bild extremst asynchron gewesen. Das war schrecklich, da muss ein Fehler vorgelegen sein. Deswegen solltet ihr es gleich im TS-Format aufzeichnen, damit kommt aber leider auch kein Renderprogramm zurecht. Ich habe aktuell jetzt Magix zusätzlich noch zu Camtasia und Camtasia kommt ohnehin, mit den TS-Format nicht zurecht. Aber zu Magix kann man zwar die Datei hinziehen, aber jetzt kommt das große Aber, das Bild funktioniert auch, aber der Ton, der Ton ist sau schlecht. Als ich den Ton gehört habe, da dachte ich mir, was ist denn das? Wird da gerade Tiere gequält? Das klingt, als würden da Tiere gequält werden, als würde da ein extremes Knistern hört man da und so die Stimmen werden höher gemacht und boah, es wird alles dumpf gestellt. Das könnt ihr euch nicht ausmalen, wie schrecklich das geklungen ist. Und deshalb wird es empfohlen, noch zusätzlich ein anderes Programm zu installieren, was auch noch von derselben Seite angeboten wird, nämlich TS2MP4. Damit kann man nämlich die TS4-Videoformate gleich auf MP4 umkonvertieren lassen, damit das dann auch fehlerfrei läuft. Es ist eigentlich auch kaum zu fassen, wenn man die Videodatei über Windows Media Player, also die Rohdatei über Windows Media Player abspielt, funktioniert sie komplett normal. Aber wenn man sie in ein Renderprogramm zieht und rendern lässt, dann geht das scheißlich. Ich weiß auch nicht, warum. Liegt wahrscheinlich an einem Codec oder was auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus. Sorry, also da bin ich die falsche Ansprechperson, wenn es um sowas geht. Da dürft ihr mich nicht fragen. Natürlich könnt ihr auch dann noch die Auflösung einstellen. Natürlich im Full HD, ist klar wie Klosbrühe. Ich habe auch die höchste Video-Bitrate eingestellt, mit maximal 60 MB pro Sekunde. Video-Bitrate kann es aufnehmen. Audio-Bitrate durchschnittlich werden 192 KB pro Sekunde ausreichend. Und es kann leider auch nur maximal in 30 Frames aufzeichnen, in der Bildfrequenz. Ich würde euch aber auch empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Playstation 2 aufzeichnet, dann solltet ihr lieber 25 Frames einstellen. Das ist auch flüssig genug, weil 30 Frames wären vielleicht ein bisschen zu viel. Und das würde zu viel Speicher bringen und das würde eben nicht so viel Unterschied ausmachen. Aber die 30 Frames, die lasse ich dann auch bei den Full HD-Aufnahmen wie über die Wii U oder die Xbox 360 eingestellt und die Wii Games, welche ich über die Wii U spiele, wie zum Beispiel zuletzt noch Mario Kart Wii, lasse ich auch so eingestellt. 60 Frames geht da leider nicht, aber das muss auch nicht sein, weil es ist ja ohnehin so, dass YouTube auch nicht mehr als 60 Frames einstellen kann. Wenn man erstmal ein Video hochlädt, dann wird das automatisch auf 30 Frames gestellt und ja, dann passt schon. Das muss auch nicht so extrem flüssig sein. Ich habe es auch mal versucht auszutricksen, indem ich letztes Mal den ersten Parts von Donkey Kong Country Tropical Freeze habe ich über Magix versucht, die Rohdateien wirklich in 60 Frames gezwungenermaßen einzustellen. Ich habe die HD-Ready-Aufnahmen so extremst hoch skaliert und versucht die beste Qualität rauszuholen, dass dabei aber leider Gottes der Speicher so hoch wurde, dass es dann extrem lange gedauert hat bis zum Hochladen und dafür läuft es dann auch nur auf YouTube auf maximal 30 Frames. Es geht also nicht besser. Tja, diese harte Lektion musste ich lernen. Also maximal 30 Frames, das reicht schon. Und 25 Frames bei PlayStation 2 Aufnahmen oder normalen Wii-Aufzeichnungen, naja, Wii, obwohl Wii lasse ich doch lieber, aber bei PlayStation Portable werde ich auch nur 25 Frames stellen. Da werdet ihr eigentlich kaum Unterschied feststellen. Das wird euch nichts ausmachen, weil ihr könnt dann immer noch in der vollen 60 Frames auf dem Fernseher zocken. Das macht euch ja nichts aus. So, das sind jetzt einmal die Einstellungen. Könnt ihr das so einstellen, wie ihr wollt. Und dann, wenn ihr auf Bereit klickt, dann könnt ihr gleich zum Aufnahme-Bildschirm kommen. Den zeige ich euch aber noch später. Natürlich kann man sogar noch damit Livestreams aufzeichnen. Das unterstützt es auch noch. Da gibt es sogar noch ein Zusatzprogramm, das ich euch später noch zeigen werde. Aber Livestreams mache ich natürlich jetzt nicht und werde ich wahrscheinlich auch keine Zeit dafür haben. Ich habe mich zwar schon mal auf Twitch angemeldet, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich jemals Zeit finden werde, zu streamen. Weil, vor allem braucht man ja auch Facecam dabei. Facecam werde ich wahrscheinlich auch nie aufzeichnen, aber ich habe, das muss ich euch auch noch erzählen, zusätzlich habe ich noch zur Capture-Card und den Aufnahmen. Zur Capture-Card habe ich noch zusätzlich einen Lizenzcode für eine dreimonatige, gratis Premium-Mitgliedschaft für X-Bit bekommen. Ja. X-Bit ist ja auch eher so ein Programm für Livestreams und vor allem für Facecam-Aufnahmen. Aber wisst ihr was, ich halte nicht so viel davon. Deswegen nutze ich das jetzt aktuell auch gar nicht. Wenn ich mal Zeit finde, kann ich mich mal ein bisschen daran probieren, weil ich habe es ja schon mal probiert, aber es bringt natürlich nichts. Ja. Und beim Video-Ordner, ja, da könnt ihr dann den Video-Ordner, in dem ihr gerade aktuell die Videos speichert, aufrufen. Und wohin ihr alles speichert, das könnt ihr dann bei diesen Einstellungen einstellen. Die Sprache natürlich, die Transparenz, wofür die ist, weiß ich natürlich nicht. Und die OSD-Option, also die aktuellen PC-Modus nicht verfügbar, keine Ahnung, wofür die jetzt noch mal sind. Weil ich nehme auch alles nur von der normalen Konsole auf. Ansonsten weiß ich nicht, wie das jetzt noch für diese OSD-Optionen sind. Die könnt ihr euch selber mal angucken. Recentral beim Start ausführen, da könnt ihr zum Beispiel direkt beim Start schon auf den Aufnahmenbildschirm gehen. Könnt ihr einstellen, ob ihr das tun wollt oder nicht. Und natürlich hier den Speicher-Ordner einstellen für die Videos und für die zusätzliche Mikrofondatei. Die wird auch im selben Ordner noch zusätzlich eine separate Spur untergebracht, sofern es ihr auch eins so einstellt. Und noch das Profilmanagement, wo ihr euer Profil einstellen könnt. Also nochmals die ganzen Einstellungen, also die Qualität und was auch immer. Ja, soviel mal dazu. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Okay, jetzt habt ihr mal alles gesehen. Und jetzt kommen wir mal zum Erfassungsprogramm. Wahrscheinlich wird das jetzt ein bisschen laggig sein. Das tut mir natürlich schon leid. Aber es liegt auch an Camtasia, da ich jetzt in einem höheren Bild auf, das ich jetzt in einem höheren Format aufzeichne, also fast den kompletten Desktop, da laggt es dann auch ein bisschen. Das tut mir dann furchtbar leid. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Aufnahmebildschirm und ihr werdet erkennen, was da gerade ist. Ja! Da gibt es schon mal einen kleinen Teaser für ein weiteres Let's Play Projekt. Die ersten sechs Parts sind davon schon aufgenommen. Dragon Ball Z Budokai 3 für Xbox 360. Ja? Aus der Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Wo Dragon Ball Z, äh, wo, äh, welches Dragon Ball Z Budokai 1 und Budokai 3 als HD Remake enthält. Also hat die Remakes besser gesagt. Und da könnt ihr natürlich auch einstellen, ob ihr den Ton ausgeschaltet lassen wollt oder nicht. Weil der Ton wird da trotzdem aufgenommen. Aber ich lasse es immer an für alle Fälle. Den Schnappschuss könnt ihr hier einstellen, also wo ihr gleich einen Screenshot erstellen könnt. Auch für Thumbnails zum Beispiel. Und hier die Aufnahme geht direkt und das Ganze wird natürlich verzögert sich auch nur zwischen dem Fernseher. Und den Aufnahmebildschirm nur um gerade mal eine halbe bis Viertelsekunde. Also es läuft eigentlich ziemlich flüssig. Also es läuft eigentlich ziemlich fast ohne Verzögerung besser als jede andere Capture Card. Und hier könnt ihr natürlich auch noch die Farbe einstellen. Und hier seht ihr dann den Timer, wie lange ihr jetzt bereits beim Aufnehmen seid. Sobald ihr den Aufnahmeknopf gedrückt habt. Am besten nehme ich jetzt auch mal schnell was auf. Und ich würde vorschlagen, ich teste das mal und zeige das mal. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. So. Da wurde schon mal was aufgenommen. Und jetzt gehen wir nochmal schnell zum Aufnahmeordner, Videoordner. Und da seht ihr schon, da wurden zwei Spuren erstellt, zum einen die Videodatei und zum anderen meine Mikrofonaufnahme. So, das war es erstmals. Ich habe euch mal durch das Aufnahmeprogramm von meinem neuen AvaMedia Live Gaming Portable durchgeführt. Ihr könnt jetzt natürlich noch gerne selber erkundigen, wie alles genau funktioniert. Also ihr könnt es natürlich jetzt selber ausprobieren, wollte ich sagen. Ich habe euch jetzt erstmal nur das mitgeteilt, was ich jetzt bisher weiß. Und hier zeige ich euch nochmal, wie schon gesagt, wenn ihr TS-Videodateien noch umkommentieren wollt, dann geht ihr einfach auf dieses Programm hier, TS2MP4. Da sucht ihr euch einfach die Dateien und zieht sie entweder rüber oder lässt sie euch einfach hier darüber hinziehen. Und dann konvertiert ihr die ganzen und schon und ihr müsst natürlich dann auch einstellen, wohin ihr das auch speichern wollt. Ich speichere es, lasse es natürlich dann beim selben Ordner noch rein speichern, also beim Video-Ordner, wo ich meine ganzen auf Rohdateien hin speichere von meiner Capture Card aus. Und jetzt, und wenn ich das dann hinziehe, dann konvertiere ich das einfach und schon, was ich sagen wollte, sobald das konvertiert ist, ist dann die MP4-Datei fertig. Die ist dann im Speicherplatz etwas geringer, aber die Qualität ist die gleiche und auch die Länge des Videos. Und dann wird natürlich auch jedes Render-Programm damit fertig werden. Das würde ich euch nur zusätzlich empfehlen, dass ihr das auch noch mitnehmt, dass ihr das auch noch beachtet. So, ansonsten gibt es natürlich noch andere zusätzliche Programme, wo zum Beispiel auch Livestreams und so unterstützt wird, wenn ihr auf der Website guckt, aber das zeige ich euch jetzt natürlich nicht unbedingt. Jetzt wisst ihr, wie es genau abläuft mit meiner neuen Capture Card. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck davon geben und was die andere Capture Card sein wird, ihr werdet es sehen, sobald sie kommt. Die werde ich euch danach auch noch vorstellen, aber ihr werdet begeistert sein. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Eindruck von einer meiner neuen Capture Cards gehabt und freut euch hoffentlich auch über neue Qualität auf meinem Kanal, weil jetzt werde ich ab jetzt wirklich die bestmögliche Qualität verwenden, die möglich ist. Es gibt natürlich einige, die vielleicht noch ein bisschen besser sind, aber sagen wir es mal so, ich habe mich jetzt auf mein Maximum verbessert in allen Konsolen, was jetzt geht. Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, eure Meinung zu dieser Capture Card in den Kommis und was ihr davon haltet. Und ich würde es euch wirklich auf jeden Fall für diejenigen, die Let's Player werden wollen, weiterempfehlen. Die spart Platz, ist nicht besonders teuer, sogar günstiger als der Elgato und ist sogar eine Mobil Capture Card. Kann man sogar noch ohne PC verwenden, einfach auf die SD-Card alles speichern lassen. Funktioniert. Nur habe ich das jetzt noch nicht so wirklich ausprobiert, das mit der SD-Card speichern und wahrscheinlich werde ich das auch nicht so machen. Aber ich habe mir zu sicher doch eine SD-Card dazu besorgt. Könnt ihr gerne alles über Amazon kaufen. Den Link zu dieser Capture Card auf Amazon, wo ich das mir gekauft habe, füge ich natürlich wie immer in die Videobeschreibung zu. Und danke nochmal für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Projekten. Und auf Wiedersehen und Tschüss und danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020